Paul Carroll Skibber wurde am 23. Februar 1960 in Minnesota geboren und hatte noch einen jüngeren Bruder. Als Teenager wurde Paul im Jahr 1981 wegen eines Vergehens im Zusammenhang mit illegalen Substanzen angeklagt. Er erschien nicht zu seinem Gerichtstermin. Der damals 21-Jährige floh daraufhin mit seiner Freundin nach Colorado. Zwar spürte die Polizei ihn schließlich auf, aber die Anklage wurde letztlich fallen gelassen. Paul blieb letztendlich in Colorado, wo er mit seiner Freundin zusammen eine Wohnung fand. In Colorado lernte er auch Jerry Bybee kennen. Die beiden wurden sehr schnell gute Freunde und begannen gemeinsam nach Arbeit zu suchen, indem sie die Kleinanzeigen durchblätterten und täglich Anrufe tätigten. Jerry sollte später mal für Paul arbeiten. Diejenigen, die Paul kannten, beschrieben ihn trotz seiner etwas bewegten Vergangenheit als einen fleißigen, aufgeschlossenen, ehrgeizigen und freundlichen Mann, der leicht Freunde fand und bereit war, jedem zu helfen, der Hilfe brauchte. In den 17 Jahren, in denen Paul in Westminster lebte, fand er viele treue Freunde, was zum großen Teil seinem eigenen Einsatz und seiner Loyalität zu verdanken war. Paul lernte einen Mann kennen, als sie beide für eine Firma arbeiteten, die Sprinkleranlagen installierte. Als dieser Mann wegen eines Trinkproblems einen Entzug machte, war Paul einer der wenigen Freunde, mit denen er auch nach diesem Entzug noch zusammen war, und Paul sorgte dafür, dass bei der Grillparty niemand trank, wenn dieser Mann sich unwohl fühlte. Am Ende benannte er seinen Sohn nach Paul, ein Zeichen dafür, wie viel ihm die Loyalität in diesen schweren Zeiten bedeutete. Nachdem Paul unterschiedliche Jobs ausprobiert hatte, begann er schließlich, bei einer Umzugsfirma zu arbeiten. Dieser Job gefiel ihm, und irgendwann verließ er diese Firma und wurde schnell bei einem anderen Umzugsunternehmen angestellt. In dieser Firma lernte Paul dann seine Freundin Michelle Russell kennen. Nachdem sein Chef in den Ruhestand ging, kaufte ihm Paul seine Umzugswagen ab, und es dauerte auch nicht lange, bis Paul sein eigenes Umzugsunternehmen namens Tough Movers gründete. Paul und Michelle zogen auch bald zusammen und heirateten. Im Jahr 1989 wurde ihre gemeinsame Tochter Sarah geboren. Sarah war Pauls ganze Welt. Er würde wirklich alles für seine Tochter tun. Diejenigen, die die kleine Sarah kannten, beschrieben sie als ein freundliches, aufgeschlossenes und gesprächiges junges Mädchen, ganz wie ihr Vater. Sie tanzte, sang, schwamm gerne, liebte Tiere und Babys und verbrachte ihre Wochenenden oft gemeinsam mit ihrem Vater bei Abenteuern, beim Skifahren, Snowboarden, Rollerbladen, Campen oder einfach bei allem, was mit der freien Natur zu tun hatte. Die Ehe zwischen Paul und Michelle hielt jedoch nicht sehr lange. Im Jahr 1993 ließen sich die beiden scheiden. Michelle zog dann nach Granby, Colorado, das zwei Autostunden entfernt liegt. Die Tochter Sarah war jeden Mittwoch, jedes zweite Wochenende während der Schulzeit und den gesamten Sommer immer über bei Paul. Er hatte vor Gericht sehr hart dafür gekämpft, Sarah so oft wie möglich zu sehen. Die Mutter von Paul lebte mit ihm in seinem Haus in Thornton. Nach der Scheidung von ihr und Pauls Vater überredete Paul sie, zu ihm nach Colorado zu ziehen. Er kümmerte sich gut um seine Mutter und sie passte auf Sarah auf, wenn er arbeiten musste. Sie und Sarah verstanden sich sehr gut und verbrachten gerne Zeit miteinander. Paul hatte auch mittlerweile eine neue Freundin an seiner Seite, die zehn Jahre jüngere Theresa Donovan. Die beiden lernten sich auf einer Party kennen, kurz nachdem sich Paul und Michelle scheiden ließen. Etwa sechs Jahre lang gingen die beiden immer wieder miteinander aus und Theresa wohnte immer wieder für längere Zeit in seinem Haus. Die Mutter von Paul und Theresa kamen jedoch nicht miteinander aus. Die Mutter hielt sie für faul. Tagsüber verbrachte sie viel Zeit mit Schlafen und half ihr auch nie im Haushalt. Gegen Ende des Jahres 1997 wollte Paul die Beziehung zu Theresa endgültig beenden. Aber Anfang 1998 verbrachte sie schließlich doch noch eine Nacht miteinander. Ein paar Wochen später erzählte Theresa Paul, dass sie schwanger war. Paul war von dieser Nachricht nicht gerade begeistert. Damit Theresa nicht im Haus leben und sich ständig mit seiner Mutter streiten musste, mietete Paul dann einen Trailer für sie. Und kurz vor ihrem Geburtstermin ließ Paul sie wieder in das Haus einziehen. Wenige Wochen nach der Geburt teilte Paul seinem Bruder mit, dass er einen Vaterschaftstest durchführen lassen wolle. Aber bis dahin sollte Theresa im Haus bleiben, da er ihr nicht zutraute, sich richtig um das Kind zu kümmern. Die Mutter von Paul musste oft auf das Baby aufpassen. Gegenüber Freunden beschwerte sich Paul auch, dass Theresa ständig schlief oder mit seinen Nachbarn feierte. Er kam mehrere Male von der Arbeit nach Hause und fand die erst neunjährige Sarah alleine mit dem Baby vor. An einem Freitag, dem 5. Februar 1999, fuhr die neunjährige Tochter Sarah über das Wochenende zu ihrem Vater. An diesem Abend rief Paul seine Mutter an, die gerade in ihrer Heimatstadt war, da ihre Mutter, also Pauls Großmutter, verstorben war. In diesem Telefonat teilte Paul ihr mit, dass er Theresa sagen wolle, dass sie bis Sonntag aus seinem Haus verschwinden solle. Er wollte mit Theresa endgültig Schluss machen. Paul wollte einen Vaterschaftstest durchführen lassen und hatte mit seinem Anwalt darüber bereits gesprochen. Sollte sich herausstellen, dass das Kind von ihm ist, wollte er um das volle Sorgerecht kämpfen. Er sagte seiner Mutter, er werde sie am Sonntagabend noch einmal anrufen, um ihr dann zu berichten, wie es mit Theresa weitergegangen sei. Am Sonntag, den 7. Februar, begannen Paul, Sarah und ein weiterer Mitarbeiter von Paul, Lorenzo Chivas, ihren Arbeitstag gegen 8.30 Uhr. Und sie kehrten nach einem ganzen vollen Tag harter Arbeit gegen 18.15 Uhr auf den Hof von Toughmover zurück. Sarah rief gegen 18.22 Uhr eine ungenannte weibliche Verwandte zu Hause an. Dies sollte das Letzte sein, was man von Paul, Sarah oder Lorenzo hörte. Am Montag, den 8. Februar 1999, erschien Jerry zwischen 9.30 Uhr und 10.00 Uhr bei Toughmover zur Arbeit. Er war mit Paul und Lorenzo zu einem Auftrag verabredet, aber obwohl Jerry sich ein wenig verspätet hatte, war keiner der beiden anderen Männer da. Jerry fiel zuerst auf, dass der Umzugswagen, den Paul am Tag zuvor genutzt hatte, auf eine ungewöhnliche Weise geparkt war. Normalerweise stand er immer rückwärts an einer bestimmten Stelle, doch heute stand er mit der Vorderseite zuerst und war irgendwie schief geparkt. Als Jerry das Tor öffnen wollte, musste er feststellen, dass das Schloss ausgetauscht wurde. Das war merkwürdig, doch er hatte dort lange genug gearbeitet, um zu wissen, dass Paul das Schloss auswechselte, wenn er jemanden zum Beispiel entlassen hatte. Jerry nahm an, dass eventuell irgendjemand einen Fehler gemacht und dann entlassen wurde. Er wartete auf Paul und Lorenzo. Aber die beiden kamen nicht. Die Mutter von Paul hatte immer noch nichts von ihm gehört, obwohl er am Sonntag anrufen wollte. Am Montagmorgen rief Teresa sie an und erzählte ihr, dass Paul am Abend zuvor nicht nach Hause gekommen wäre. Er habe auch Sarah nicht zu ihrer Mutter zurückgebracht und er sei an diesem Tag auch nicht zur Arbeit erschienen. Auch Pauls Angestellter, Lorenzo Chivas, war ebenfalls verschwunden. Lorenzo war ein unkomplizierter und freundlicher Mensch, der schon seit einigen Monaten für Paul arbeitete. Er hatte mit seiner Ex-Frau zwei Kinder. Zu dieser Zeit lebte Lorenzo mit einer Frau namens Bobby Jo Donovan, der Schwester von Teresa Donovan, zusammen. Durch diese Verbindung lernte Lorenzo Paul kennen und bekam den Job bei Tough Movers. Lorenzo war ein großartiger Vater und liebte seine Kinder. Er würde niemals einfach verschwinden und niemanden darüber informieren, wohin er geht. Der Sohn von Lorenzo rief seine Mutter am Montag an und erzählte ihr, dass er am Sonntagabend nicht nach Hause gekommen war. Diese bat darum, mit seiner Freundin Bobby Jo darüber zu sprechen. Was Bobby Jo dann zu ihr sagte, ließ sie erschaudern. Ich weiß, dass er nicht nach Hause kommen wird. Ich weiß, dass ihm etwas Schreckliches zugestoßen ist. Teresa erzählte Pauls Mutter, dass sie die Polizei angerufen hatte, aber diese sie nicht ernst genommen hätten. Als Pauls Mutter die Polizei anrief, sagten diese, dass Paul wahrscheinlich beschlossen hatte, mit Sarah einen Ausflug zu machen und Spaß zu haben. Die Polizei sagte, dass Teresa schon mehrere Male angerufen hatte. Aber was hatte das mit Lorenzo zu tun? In der Zwischenzeit rief auch Saras Mutter die Polizei an, um zu berichten, dass Paul Sarah nicht wie vereinbart zurückgebracht hatte. Michelle und Paul waren vor kurzem wegen des Sorgerechts vor Gericht gewesen, wo sie Paul auch mitgeteilt hatte, dass sie möglicherweise aus dem Staat wegziehen würde. Die Polizei stellte dann einen Haftbefehl gegen Paul aus. Die Behörden gingen davon aus, dass es sich um einen Fall von elterlicher Kindesentziehung handelte, aber sie waren nicht der Meinung, dass Sarah in irgendeiner Gefahr war. Drei Tage nach dem Verschwinden kam am Mittwoch schließlich ein Polizeibeamter, um sich auf dem Gelände von Tough Mover umzusehen. Der Beamte forderte Jerry auf, das Tor zu öffnen. Jerry erklärte, das Schloss sei ausgetauscht worden und er wolle es nicht zerschneiden, falls es ein Beweisstück sein sollte. Daraufhin rammte der Beamte seinen Wagen gegen den Zaun, sprang auf die Motorhaube und kletterte über das Tor. Als Jerry sich dem großen Umzugswagen, der seltsam geparkt war, näherte, fiel ihm auf, dass der Wagen sehr sauber war. Sie verbrachten so viel Zeit in diesen Lastwagen, dass dieser eigentlich immer schmutzig war. Der Beamte öffnete die Tür gewaltsam und überprüfte schnell den Innenraum. Für ihn gab es dort nichts Ungewöhnliches und er verließ das Gelände in der Überzeugung, dass die ganze Sache reine Zeitverschwendung gewesen war. Die Mutter von Paul, die inzwischen nach Colorado zurückgekehrt war, hatte die ganze Woche über bei der Polizei angerufen, wo man ja immer wieder sagte, sie solle sich keine Sorgen machen, Paul sei wahrscheinlich mit Sarah weggefahren und würde schon wiederkommen. Eine Woche nach dem Verschwinden erhielt der Mechaniker, Rich Lastmeister, einen Anruf von Teresa. Er war auf dem Hof von Toughmover gewesen, um den Motor für einen von Pauls Lastwagen zu reparieren. Mit diesem Anruf erfuhr Rich, dass Paul, Sarah und Lorenzo vermisst wurden. Er und seine Frau Carol verbrachten dann den Sonntagvormittag damit, Flugblätter zu verteilen, wobei sich herausstellte, dass sie das falsche Kennzeichen von Pauls Auto enthielten. Am Nachmittag trafen die beiden auf Pauls Mutter bei Toughmovers. Als sie feststellten, dass das Schloss ausgetauscht wurde, kletterten sie über den Zaun. Die Mutter von Paul wartete außerhalb. Zunächst bemerkten sie, dass Öl auf den Boden verschüttelt war. Als Rich den LKW untersuchte, an dem er für Paul gearbeitet hatte, bemerkte er Einschlusslöcher an der Seite. Seine Frau Carol sah etwas, das wie Blut an der Tür des großen Umzugswagens aussah. Dann bemerkte Carol und Rich in der Nähe der Windschutzscheibe etwas, das wie ein kleines Stück Kopfhaut mit Haaren aussah. Rich und Carol kletterten zurück über den Zaun. Sie hatten keine Zweifel daran, dass es sich um einen Tatort handelte. Die Mutter von Paul rief seinen Bruder in Minnesota an und sagte ihm, dass er und sein Vater, der auch Polizist vom Beruf ist, so schnell wie möglich nach Colorado kommen müssten. Anschließend riefen sie die Polizei an. Als die Polizei eintraf, begannen diese sofort mit den beiden Freunden von Paul zu streiten und drohten sie zu verhaften, wenn diese nicht vom Grundstück gehen würden, weil dort kein Verbrechen geschehen ist. Sie bestanden immer wieder darauf, dass Paul mit Sarah abgehauen war. Rich versuchte zu erklären, dass das Innere eines Umzugswagens niemals so sauber ist. Er wollte wissen, wie sie sich das Blut und die Löcher in den LKWs erklären. Ein Beamter meinte, dass sich vielleicht jemand geschnitten und es am LKW abgewischt habe und es vielleicht auf den LKW während einer Fahrt gezielt wurde. Daraufhin sagte Rich ihnen, dass der LKW keinen Motor habe und deshalb nirgendwo hinfahren könne. Währenddessen argumentierte die Polizei, dass der Fall nicht in ihre Zuständigkeit falle und die Polizei von Thornton dafür zuständig sei. Da in Thornton die Vermisstenmeldung für Sarah aufgegeben wurde, sollte der Fall dort bearbeitet werden. Um etwa drei Uhr morgens forderte die Polizei, alle Personen aufzugehen. Die Lastwagen sollten als Beweismittel abtransportiert werden. Aber die Beamten haben nichts dergleichen getan. Am nächsten Morgen stand das Tor weit offen, es wurde kein Absperrband angebracht und der Fall wurde von niemandem mit dem nötigen Ernst behandelt. Acht Tage nach dem Verschwinden erschien am 15. Februar der erste Bericht in den Nachrichten. Laut diesem Bericht suchte die Polizei nach drei Personen, die im Zusammenhang mit einem Sorgerechtsstreit verschwunden waren. Mittlerweile waren die Freunde und Familienangehörige von Paul, Sarah und Lorenzo davon überzeugt, dass es der Polizei nicht um die Lösung des Falles ging. Und deshalb setzten sie die Suche auf eigene Faust fort. In den nächsten Tagen suchten der Vater und der Bruder von Paul nach den Autos von Paul und Lorenzo, die ebenfalls verschwunden waren. Sie suchten überall in einem Umkreis von mehreren Meilen. Der Bruder suchte auch in den umliegenden Feldern, Kanälen und großen Abwasserrohren nach Anzeichen für versteckte Körper. Zehn Tage nach dem Verschwinden fand der Mitarbeiter Jerry das Auto von Lorenzo am 17. Februar auf einem Parkplatz eines Apartmentkomplexes, einige Blocks von Tough Movers entfernt. Das Auto war äußerst sauber. Etwa zehn Tage später wurde auch das Auto von Paul auf einem Parkplatz eines anderen Wohnkomplexes gefunden. In dem Auto befanden sich einige von Pauls persönlichen Gegenständen und der Rucksack von Sarah. Das Auto, das gewöhnlich sauber war, war mit Schlamm bedeckt. Leider konnten keine Finger- oder Handabdrücke darauf gefunden werden. Nachdem er eine Woche lang darauf gewartet hatte, dass die Polizei irgendetwas unternimmt, kehrte der Bruder von Paul nach Hause zurück. Er hatte kaum noch Hoffnung, dass sein Bruder und seine Nichte noch lebten. Die Mutter von Paul, die die Hoffnung nicht aufgab, dass Paul noch am Leben war, wollte sein Geschäft am Laufen halten. Nach zwei oder drei Wochen fragte sie die Polizei, ob sie die Umzugswagen zurückgeben könnten. Als die Polizei sie zurückbrachten, bemerkte Sharon, dass an der Motorhaube des großen Lastwagens noch Teile der Kopfhaut und Haare hingen. Mit Entsetzen fragte sie, ob es normal sei, Gegenstände zurückzugeben, ohne die Beweise zu entfernen. Nachdem die Polizei die Lastwagen zurückgebracht hatten, kamen sie wieder zurück, um sie erneut zu überprüfen. Offenbar hatten sie die Fahrzeuge nicht untersucht, als sie noch als Beweismittel dienten. Auf der Rückseite des großen Lastwagens und im Fahrerhaus war überall mit der Luminolprobe Blut zu sehen. Auf dem Boden befand sich Öl, das Jerry und Rich bereits bemerkt hatten und das noch, mehr Blut überdeckte. Das Blut im Lastwagen und auf dem Boden gehörte nachweislich zu Sarah und Paul. Lorenzos DNA wurde am Fundort nicht entdeckt. In Anbetracht der gefundenen Blutmenge kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass Paul und Sarah lebensgefährlich verwundet waren. Ein weiterer DNA-Test ergab, dass die Kopfhaut auf der Motorhaube von Paul stammte. Erst fünf Wochen nach dem Verschwinden von Paul, Sarah und Lorenzo gelangte die Polizei zu dem Schluss, dass das Verschwinden auf ein Verbrechen zurückzuführen war. Es wurden Zeugen befragt, die gesehen hatten, wie der große Umzugswagen am Abend des 7. Februar um 7 oder 8 Uhr das Gelände verließ und gegen Mitternacht zurückkehrte. Ein weiterer Zeuge erklärte der Polizei, dass er am Abend des 7. Februar in der Nähe eine Frau hat schreien hören. Die Angestellten von Paul bemerkten, dass an dem Lastwagen eine Rampe fehlte. Die Ermittler vermuteten, dass die Täter die Körper vielleicht an der Rampe festgebunden und in einem See versenkt hatten. Zudem wurden im Lastwagen Pflanzenteile gefunden, die in der Nähe von Gewässern wachsen. Und daraufhin wurden nahegelegene Seen abgesucht. Die Ermittler setzten auch Spürhunde ein und zogen schließlich sogar Hellseher hinzu. Aber sie blieben ohne Erfolg. Es gibt verschiedene Theorien, was passiert sein könnte. Die Freundin von Paul, Theresa, hätte ein hauptsächlich finanzielles Motiv gehabt, Paul und Sarah loswerden zu wollen. Nach dem Verschwinden von Paul und Sarah blieb Theresa mit seiner Mutter und ihrem Baby im Haus. Die Familie von Theresa kam zu dem Haus und verbrachte stundener mit, die Sachen von Paul zu besuchen. Sie waren auf der Suche nach Unterlagen über die Lebensversicherung und darüber, wer das Geschäft von Paul übernehmen würde. Letztendlich fanden sie nichts mit Teresas Namen drauf. Im März zog Theresa mit dem Baby aus. Im April ging sie vor Gericht, um die Kontrolle über das Vermögen von Paul zu erlangen. Die Mutter von Paul war bereits im vorläufigen Nachlassverwalter erkannt worden, so dass sie weiterhin für Pauls Rechnungen aufkommen und das Geschäft führen würde. Die Verfügung über Pauls Vermögen hätte Theresa nur erhalten können, wenn sie nachweisen konnte, dass die beiden verheiratet waren. Als sie gefragt wurde, warum sie sich dagegen wehrte, dass seine Mutter als Nachlassverwalterin über Pauls Vermögen verfügte, sagte sie folgendes. Weil ich glaube, dass meinen Sohn die Besitztümer von Paul zustehen. Er ist der einzige Erbe. Wenn Sarah noch hier wäre, würde Paul wollen, dass Sarah seine Besitztümer bekommt. Er hat immer gewollt, dass seine Kinder alles bekommen. Vor Gericht erzählte Theresa, dass sie und Paul nach der Geburt heiraten wollten. Paul hatte ihr im Einkaufszentrum einen Ring, der im Angebot war, gekauft. Theresa behauptete, dass es ihr Ehering sei. Sie verwendete die Nachnamensgeber nicht auf Dokumenten und erwähnte auch nicht öffentlich, dass sie verheiratet war, um ihre Krankenversicherung nicht zu verlieren. Mit 26 Jahren war sie nämlich noch über ihre Mutter mitversichert. Laut ihrer Aussage hat Paul den Trailer mit der Absicht gemietet, dass die beiden dort zusammenleben würden. Auf dem Mietantrag für den Trailer hatte Paul den Familienstand der beiden als Ehe-ähnlich angegeben. Einige Zeugen widerlegten diese Behauptungen von Theresa. Die Leiterin des Trailer-Parks sagte aus, dass Paul Theresa als seine Freundin und nicht als seine Frau bezeichnete. Außerdem sagte sie zu Paul, dass es preiswerter wäre, den Trailer als Ehepaar zu mieten. Der Steuerberater von Paul sagte aus, dass er in seiner letzten Steuererklärung als ledig eingetragen war. Auch verschiedene Freunde von Paul sagten aus, dass er nicht verheiratet war und auch nicht die Absicht hatte, Theresa zu heiraten. Der zuständige Richter entschied dann, dass es keine eheähnliche Beziehung gab. Die Mutter von Paul wurde zum dauerhaften Vormund ernannt. Da Paul jedoch die Geburtsurkunde von dem kleinen Paul Roger unterschrieben und dem Kind seinen Nachnamen gegeben hatte, musste die Mutter von ihm den Unterhalt für Theresa aus dem Nachlass von Paul zahlen. Theresa erschien kurz nach dem Verschwinden zu einem Interview, in dem sie erzählte, dass die Polizei ihr gesagt habe, dass sie einen Lügendetektortest nicht bestanden habe und dass sie verdächtig sei. Theresa sagte dann, dass sie ihnen nie etwas antun würde. Am verdächtigsten ist vielleicht, dass es Beweise gibt, die darauf hindeuten, dass Theresa selbst in jener Nacht am Tatort war. Zeugen berichten, dass sie in dieser Nacht irgendwo in der Nähe des Grundstückes eine Frau schreien hörte. Und Jerry sagte, als er am Tag nach dem Verschwinden mit Theresa sprach, habe sie ihm gesagt, dass sie in der Nacht zuvor zum Grundstück gegangen sei und dass er der Polizei diese kleine Tatsache nicht erzählen solle. Theresa behauptete, dass Paul Schwierigkeiten mit Dealern hatte. Sie meinte, dass diese sich an ihm rächen wollten und Sarah und Lorenzo einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Auch andere kamen als Verdächtige in Frage. Seitdem er sein Geschäft aufgebaut hat, hat Paul sich einige Feinde gemacht. Einer dieser Personen war Theresas Bruder Tom. Tom war einige Monate vor seinem Verschwinden von Paul entlassen worden. Er hatte außerdem Drohanrufe bei der Mutter von Paul gemacht. Er erzählte ihr, dass er froh sei, dass Paul nicht mehr am Leben sei und dass Paul und Sarah Kugeln abbekommen hätten. Außerdem gibt es die Theorie, dass Lorenzo etwas damit zu tun hat, vor allem, weil seine DNA nie gefunden wurde. Lorenzo wurde nie offiziell als Verdächtiger eingestuft, da er seitdem weder gesehen noch von ihm gehört wurde. So wie Paul und Sarah geht man auch davon aus, dass er nicht mehr am Leben ist. Nach Aussage derjenigen, die Lorenzo am nächsten standen, war er glücklich in seinem Beruf und im Allgemeinen zufrieden mit seinem Leben. Er liebte seine Kinder und würde nie etwas tun, was seine Beziehung zu ihnen gefährden könnte. Er hatte keinerlei Motiv für diese Tat. Lorenzo wurde wahrscheinlich an einem anderen Ort etwas angetan, weshalb seine DNA nicht im Lastwagen zu finden war. Es gibt Spekulationen, dass er sogar dazu gebracht wurde, bei der Beseitigung der Körper von Paul und Sarah zu helfen, bevor er selbst Opfer wurde. Am dritten Jahrestag des Verschwindens rief die Ex-Frau von Lorenzo den Polizisten an, der den Fall jahrelang betreute. Sie wollte wissen, was nach Ansicht von ihm wirklich mit Lorenzo passiert ist. Er erzählte ihr, dass Paul die Firma Tough Movers als Tarnung für den Verkauf von illegalen Substanzen verwendet hatte und in Schwierigkeiten mit einigen schlechten Leuten geraten war. Er sagte, dass Lorenzo einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war. Die Freunde und die Familie von Paul bestanden darauf, dass Paul zwar etwas geraucht habe, aber dass dies nicht mit seinem Verschwinden in Verbindung stehe. Sie bestritten auch, dass er ein Dealer war. Zudem hätte er Sarah niemals in Gefahr gebracht. Während es in diesem Fall keine Updates gibt, hat es im Leben der Familie in Entwicklungen gegeben. Die Mutter von Paul hat im März 2000 die Firma Tough Movers auflösen lassen. Sie konnte das Unternehmen nicht mehr über Wasser halten. Außerdem wollten die Kunden nur mit Paul Geschäfte machen und Paul war nicht mehr da. Im Jahre 2004 beantragte die Mutter von Paul, dass das Gericht einen Vaterschaftstest für Paul Roger, Theresas Sohn, anordnet. Doch der Richter lehnte diesen Antrag ab. Theresa veranlasste letztendlich doch einen Test. Sie schickte die Laborergebnisse an Pauls Mutter, Pauls Vater und Bruder. Laut den Ergebnissen war Paul der Vater. Die Mutter von Paul traute den Ergebnissen jedoch nicht. Im Dezember 2006 wurden Paul und Sarah rechtskräftig für verstorben erklärt. Die Mutter von Paul verkaufte im Mai 2007 das Haus und zahlte das Geld auf ein Bankkonto ein. Das Nachlassgericht sollte entscheiden, wie es dann verteilt werden sollte. Per Gerichtsbeschluss ging der Inhalt an Theresa für ihren Sohn. Nachdem Paul für verstorben erklärt wurde, wurde die Vormundschaft für seine Mutter aufgehoben. Das Geld für das Haus sowie die Lebensversicherung für Sarah in Höhe von 100.000 Dollar gingen an seinen Sohn, den alleinigen Begünstigten von Pauls Nachlass. Die Mutter von Lorenzo verstarb im Jahr 2005 und die Mutter von Paul verstarb im Jahr 2013. Sie haben nie eine Antwort auf die Frage erhalten, was mit ihren Söhnen oder ihrer Enkelin geschehen ist. Natürlich haben die Familien und Freunde von Paul, Sarah und Lorenzo all die Jahre nach Antworten gesucht, obwohl sie akzeptiert haben, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Paul, Sarah und Lorenzo nicht mehr unter uns sind. Wollen sie natürlich wissen, was mit ihnen passiert ist und warum. Im Jahr 2019 veröffentlichte die Mutter von Sarah eine Erklärung, in der sie unter anderem sagte, Jeder Februar ist für mich herzerreißend und in diesem Jahr ganz besonders, da ich die schreckliche Tat an meiner neunjährigen Tochter Sarah nun schon seit 20 Jahren erlebe. Der Schmerz über ihren Verlust ist im Laufe der Zeit nicht leichter geworden. Ich kann nicht daran denken, dass Sarah jetzt 29 Jahre alt wäre, eine erwachsene Frau, möglicherweise mit einer Familie und eigenen Kindern. Stattdessen wurde ihr das Leben genommen und in meinen Herzen klafft eine Lücke, die nie gefüllt werden kann.